so zurück zu mario gibt's ab wir sind nicht den geblieben machen jetzt mal gut ist bestimmt wieder rätsel zu lösen ist viele wege ein bisschen draus das ist hier ok brauchen wir wohl über einen p-switch los wo kriegen wir den her aber das ist die frage da waren zwei münzen muss man doch ja neuer bereich da ist doch was und wirklich so einfach das glaube ich nicht es muss noch einen haken geben hundertprozentig was denn hier hinten wenn ich jetzt so mache und hier reingehe bin ich hier verstehe also brauche ich noch ein p-switch wenn ich jetzt töte erstmal hier reingehe hier ist sauberstimmig ein bisschen rein hoffe ich mal komm jawohl den nehme ich jetzt mit so so jetzt frage ist der andere wieder da jawohl cool dann nehme ich erst mal den hier und mach die beiden münzen weg und wo man dann den anderen der ist ja hier wie wir alle wissen und kann damit dann das ist eigentlich gar nicht so leicht also schwer aber die frage ist ja ob es hier noch und dann noch ein secret exit gibt das ist die frage auch wenn man da hochkommt oh das ist ein pfeil ok hoch links ah verstehe super und das ziel ja ok ja jetzt wo muss ich mit dem stern kommen oder wo könnte da ein secret exit sein ich versuche es nicht mehr in diesem part glaube ich hell freezes again ich mache erstmal da unten weiter würde ich sagen damit ihr noch was anderes seht hier son of settingness das hatten wir im letzten part schon mal kurz ganz kurz das ist einfach so schön ich mag das erst sieht das richtig geil aus ich mag so warmefarben und zweitens ist die musik awesome es ist von non-team country 1 die musik in dem baumlevel oh hammer okay man darf uns wasser das schon mal gut ich bin irgendwie nach unten getrieben worden also nicht ins wasser oh man egal bin ich halt klein kann ich nicht rein wiggler du tust mir nichts nein fail gesaved oh yeah da kann man rein was gibt es hier die mitte so gegen fix oh ein springboard um hier hoch zu kommen alles vorhersehbar alles cool sehr nett ups da haben wir auch schon wieder verloren aber da gibt es wieder ja stirb nettes level nicht zu schwer nicht zu leicht so und da ist schon die abschlussluge denke ich mal jawohl schön und bonus okay oh yeah sterne und das nächste level heißt sawdust warte mal sägendunst säge säge nein ich will diese sägen what the fuck okay das ist also das hatten wir schon mal von monkey com abgeguckt wo die säge von unten nach unten kam und diesmal kommt sie halt von links nach rechts das sieht echt hammer geil aus muss ich sagen die musik gefällt mir auch okay ich überlege gerade woher ich die musik kennen könnte ich kenn die woher kann mir helfen ein bisschen langsamer aber sonst gefällt mir das wohl da muss ich jetzt schnell sein kaum sage ich es langsam ist jetzt schneller komisch dass sie sich hier einfach so auf holz rum kommen können man weiß denn nur so eine komische ist schon ein ding das einrichtung kommen recht leicht auszuweichen sind immer gleich fliegen nein nicht mehr gekriegt muss ich bestimmt runter jawohl dankeschön dass mir weiter geht nein stirb ich schmeiße ich in die säge das was mit der säge hoffe ich ja wohl und 20 punkte dann geht es weiter mit einem schloss reflekt den flöck dringend fort ok sieht ja so geil aus wie halt schon jetzt nicht los hat gleiche musik wieder und auch sowieso die selben elemente und so weiter das ding ist geil aus und so schnell meine herren muss ich da hoch aber nicht nehmen muss ich nicht ich hätte gerne feder da könnte ich die alle hier so weg schneiden würde ich sagen wegfedern ist da was ich weiß aber wieder schnell hier scheiße dass das wird hart warte mal muss ich ein wenig machen ne so was kommt jetzt so einfach mal geradeaus gut dass wir jetzt hier so im schlossgarten sind sag ich mal beziehungsweise halt ähm draußen oder so wir sind nicht mehr im schloss selbst ich habe es noch leute keine angst so jetzt habe ich es geschafft ich möchte nicht meinen power up verlieren ich möchte das noch für den gegner behalten so komm habe ich halt ein pilz reicht auch ich hole den eh so weg das ist ein schlüssel mein gott es gibt ein secret im schloss was soll ich da denn hinkommen ich will sagen das mache ich im nächsten bald oder so erstmal mache ich den gegner mal aber wieder er hier der hüpffreudige wie ein idiot stirbt mein man so tot besiegt ich gucke mal schnell nach ob ich irgendwo einen schlüssel finde haben wir noch zeit hier im part was ist das hell irgendwo muss da was gewesen sein jetzt hier im vorteil oder ich weiß nicht ich weiß nicht hier oben na na ich mache denselben fehler wie eben denselben verfickten fehler da oben vielleicht da war ich nämlich noch vorher nicht ich weiß noch ein weg wo ich vorher nicht war und zwar da unten auch nur ne joshiko und das heißt oh da oben auch noch was sondern ne feder feder ist cool können wir jetzt vielleicht irgendwo wo vorher nicht hinkommen ich glaube nicht ich gucke nochmal eben im nächsten teil nach und wenn es da nicht ist dann muss ich halt Hilfe suchen irgendwie ansonst muss ich auch was beim geist aus für ein secret ist weil da würde ich glaube ich nicht allein drauf kommen das ist hier noch was das ist so nervig ich sehe hier auch okay okay ich habe es ich habe es alle rausgefunden das finde ich schon mal schön man braucht also unbedingt hier das grüne Switchpad ist und dann halt die Feder alter die sind immer genau in meiner fliegbahn heftig so sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön wo führt uns jetzt das hin ach so der macht mir den Weg hier okay verbindungsweg gut dann machen wir im nächsten part denke ich mal das secret hiervon und dann auch noch hier hell freeze again wir möchten aber sehen wie die Hölle immer noch zugefroren ist naja finden wir sehr das nächste mal bis zum nächsten mal ciao ciao